Anno 1404 Das glaubt ihr mir gar nicht Das schreibt mir doch bitte auch in die Kommentare Oder in Discord, könnt mich jederzeit anschreiben Dann sagt doch auch bitte Was euch an diesen kleinen Folgen nicht gefallen hat Ich bin auch neu bei der IAM-Mod Habe ich ja schon zum Anfang erwähnt Auch im ersten Stream hier drüber Und deshalb weiß ich auch noch nicht so von Anfang an Was man hier alles machen kann und was nicht Darum würde ich euch herzlich bitten Weil wie gesagt einfach so ein Dislike rein Klar ist es Wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann ist das gut Dann zieht man hier so ein und dann ballert man halt das Ding ein Und das ist gut, aber wie gesagt Es nützt halt keinem und unter anderem erhöht das Trotzdem auch die Reichweite Die meisten sind sich dessen so gar nicht bewusst Wir gehen heute mal weiter und zwar möchte ich heute hier Schaut mal in das Bürgerhaus Da brauchen wir ja noch ein paar Bürger Guckt mal, wir haben jetzt 608 Bürger Insgesamt, aber uns fehlen genau 355 Bürger auf einer Insel Warum? Weil wir wollen jetzt weitergehen Und wollen jetzt unter anderem die Kartoffelschnucksproduktion So richtig mal richtig anheizen Problem an der ganzen Sache Da fehlen auf einer Insel genau 355 Bürger Also müssen wir mal gucken, dass wir die noch irgendwie an einer Insel zusammenkratzen Das gibt uns aber die Möglichkeit Ganz entspannt erstmal zu gucken Wir brauchen eine Rinderfarm Und brauchen hier eine Fleischerei Ganz ganz wichtig Weil ohne die zwei Bekommen wir hier erstmal Nicht dieses benötigte Nicht dieses benötigte Fleisch Dass die erstmal hier Wenigstens erstmal da Wie soll ich das sagen Dass die hier erstmal dieses Bedürfnis erfüllt bekommen Also machen wir hier folgendes Wir haben ja in der letzten Folge Wir haben hier jede Menge Apfelplantagen angebaut Haben uns mal einen Überblick verschafft Gerade mit der Wollwebstube Und so weiter und so fort Also Das hat riesen, riesen viel Spaß gemacht Und ihr seht schon Also die Wolle Wie gesagt Das Lager ist hier proppenvoll Wir können mal gerne mal gucken Wir können gerne mal gucken Handelsroute 1 Mit Moss drin Und die Handelsroute 2 Selbst über Baustoffe Das heißt für uns Eigentlich fehlt hier Es fehlen Stoffe Das machen wir gleich Da holen wir uns gleich ein paar ab Die fahren wir gleich wieder Auf die Einwohnerinsel drauf Also ihr seht Das ist wirklich Das ist wirklich jede, jede Menge Und dann müssen wir mal gucken Wie man dann weitergeht Da müssen wir mal ein paar Rinder farmen Müssen wir mal rausbasteln Einfach mal ein paar Rinder züchten Schaut mal Die Insel ist ja Die ist ja so, so groß Ich habe versucht Ein ganz kleines bisschen nachhaltig zu bauen Das heißt Sobald wir hier Probleme bekommen Mit den Wollwebstuben Können wir das nochmal gespiegelt anlegen Wie gesagt Unser Fähnchen Liebe Grüße gehen raus an dich Meine Liebe Die hatten wir auch nochmal Für die IAM Hatte mir auch nochmal Und das möchte ich dann auch In den nächsten Folgen Vielleicht nochmal In einem Livestream aufgreifen Hat mir da so ein paar So eine kleine Layoutvorlagen geschickt Wie man das sehr, sehr effizient gestalten kann Gerade die ganze Entwicklung Mit diesen ganzen Farmen Die es dann hier In diesen Modificationen mittlerweile gibt Und hier habe ich dann auch probiert Ein bisschen nachhaltiger zu bauen Das heißt Die Apfelplantagen Sollten die nicht reichen Können wir die gespiegelt Rückwärts auch an die Markthäuser Wieder anlegen Das heißt Hier könnte man dann Von jetzt auf Vielleicht könnte man hier Die Produktion fortdoppeln Übrigens Die Items Die es in dem Spiel gibt Die haben nicht Einen ganz so einen hohen Einfluss Wie die zum Beispiel In Anno 1800 Das hier waren früher Wirklich Items Die Dinger waren heilig Und wenn man da mal 10% oder 15% Produktivitätsbonus Für eine Farm Oder für ein Gut bekommen hat Oder für eine Ware Zum Beispiel vom Most Da hat man gedacht Da war der King Also das ist tatsächlich so Hier unten auf der rechten Seite Ist hier noch ein kleines bisschen Was leer da Da könnte man zum Beispiel Mal weitermachen Guckt mal Für eine Rinderfarm Bewirtschaftet das Teil 18 Rinderweiden Benötigt fruchtbaren Boden Und produziert Rinder Jetzt müssen wir mal gucken Wie produziert Benötigt fruchtbaren Boden Gibt es Gibt es dagegen hier auch Fleisch Direkt aus fruchtbaren Boden Das glaube ich nicht Es wird wahrscheinlich so ausgegeben Dass es ja eigentlich nur Beweidetes Gebiet Wahrscheinlich benötigt wird Und deshalb gehen wir mal rein Und schauen uns auch diese Sache Mal ganz in Ruhe an Jetzt war mal erstmal ein Weg Normalerweise bräuchten wir ja keinen Wir bräuchten ja eigentlich nur wieder Ihr wisst Bescheid Da bräuchten wir eigentlich nur wieder Solche Markthäuser Markthaupthauser Und ein normales hier Und hier hätten wir dann Dieses Haupthaus Das ist im Radius halt Das ist der absolute Brecher Das würde ich dann gerne Hier her setzen Ja das würde ich dann So gerne irgendwie hier her setzen Damit es hier ein bisschen überlappt Auf der rechten Seite hier Könnten wir noch so ein kleines ansetzen Dann hätten wir hier den Platz Eigentlich auch mehr als erfüllt Hier hätten wir noch zwei Minen Gleich am Start Zwei, drei Minen hier oben Und dann könnten wir die mit diesem Da könnten wir die hier mit diesem kleinen Markthaus Mit dem hier Könnten wir dann gleich hier auch mit ausfüllen Wir bräuchten nur ein ganz kleines Bisschen Werkzeug Das sehen wir Gehen wir mal ein bisschen Gas Werkzeuge werden ja sowieso Bei uns auf der Insel gebastelt Eins brauchen wir noch Gut Okay das hätten wir So die zwei sind schon mal Die stehen schon mal perfekt Jetzt machen wir folgendes Jetzt bräuchten wir halt Rinderfarmen Rinderfarmen Die sehen dann ungefähr so hier aus Ich glaube diese 18 verschiedenen Das sind also diese 18 Module Beziehungsweise bewirtschaftet 7 Stück Ich habe da vorhin was von 18 Hier guckt mal 18 Und gerade eben waren es 7 Ist das ein Bug Ihr habt es auch gerade gesehen oder Wenn jetzt gibt es nochmal zurück Also da stand doch gerade 7 Jetzt habe ich wieder 18 Hier guckt mal Bewirtschaftet 7 Okay irgendwas stimmt nicht Bewirtschaftet 18 Irgendwas stimmt nicht Aber egal Das sehen wir gleich Das finden wir gleich raus Das finden wir ganz entspannt Finden wir das gleich raus So dann würde ich trotzdem mal sagen Wir legen uns hier noch einen Weg an Einmal entspannen den Weg hier oben drüber Und dann würde ich sagen Rinderform let's go Ich helfe euch gerne aus Das ist aber nett Das ist echt nett Ja ein paar Werkzeuge bräuchten wir noch Wie ist denn hier die Werkzeugproduktion Wie sieht es denn hier überhaupt aus Also ich sage mal Bilanz Durchaus sehr sehr positiv Hier werden gerade Werkzeuge rausgebaut Das ist auch gerne Ah jetzt jetzt Okay alles klar Komm dann gehen wir gleich mal runter Und dann tun wir gleich mal gucken Hier gibt es dann die Fleischerei C ist dein Freund Die Taste C ist in diesem Spiel dein Freund Denk da bitte bitte dran Ich denke da mal an die Worte von unserem lieben Donald Sehr sehr geil Grüße gehen raus mein Lieber Okay 18 Also sind nicht normal Sondern das sind hier tatsächlich 18 Entweder wir probieren das alles Auf eine Seite zu basteln Ich glaube da wäre ich eher der Freund davon Müssen wir mal gucken Ah das war jetzt ein Missgeschick Egal Das Ding müssen wir noch schnell nochmal wegreißen 15 wären es Das wären dann 16 Ja das müssten wir etwas effektiver gestalten Pass auf Ich habe eine Idee Wir werden das hier außen weg machen Bam bam Weine nicht wenn der Regen fällt Bam bam 1 2 3 4 Das wäre doch am effektivsten Oder was meint ihr Das sähe doch gut aus 9 auf der linken Flanke 9 auf der rechten Flanke Genau 18 werden benötigt Ich denke mal Dass wir vom Weg hier Dass wir sowieso nicht mehr rausbauen können Guckt mal Hier vielleicht noch Ja noch so ein ganz kleines Bis in den Hafenbereich rein Aber ich denke mal Das war es schon Also mehr Mehr kann man jetzt hier Höchstwahrscheinlich nicht rausholen Ich würde mal eher sagen Gespiegelt Ein Haus hier dahinter gestellt Hier Und dann hat hier nochmal geguckt Was geht Weil hier könnte man dann wahrscheinlich Die Außenbereiche ausfüllen Das probieren wir gleich mal aus Pass auf Ich zeige euch mal Was ich meine Hier noch Ähnlich Nochmal so ein Teil hergestellt Dann müsste man ja hier eigentlich Nur einen Weg als Anschlussmöglichkeit finden Und dann links und rechts Würde ich dann ganz gerne Trotzdem hier noch die Weiden ausbauen Pass auf hier Na so hier So und jetzt kommt die Kuh In der ganzen Geschichte Wir lassen hier Einen Slot frei Und dann bauen wir hier mal weiter Guckt mal Das sind schon 10 Die Dinger Dann eins nach rechts Ähm Das würde auch passen Oder halt dann hier Geil wie das klingt Hier haben wir so richtig Bock Wisst ihr das? Oder hier Oh ich kann mich da so schwer entscheiden Manchmal Pass da auf 12 Hier brauchen wir noch nicht 13 14 15 16 17 18 Das war's Auf der Seite Das heißt wir könnten die hier eigentlich wegnehmen Und schon hätten wir hier ein grundsolides Layout rausgebaut Wir bräuchten hier noch 4 Stück 4 Stück die wir hier wirklich Weil wir noch Richtig geil Gewinn bringt Irgendwo hinpacken könnten Jetzt überlege ich halt bloß gerade wohin Ähm 4 Stück Also seid jetzt so eine Das ist jetzt so eine richtige Das ist jetzt so eine richtig dämliche Zahl Entschuldigt bitte für den Ausdruck Alle beide im Einzugsbereich Alle beide auf einer Seite Und es sieht glaube ich echt verdammt gut aus Und guckt mal die Weiden die sind ja fast nicht eingezäunt Das sieht ja echt mal geil aus Und die Kühe die Weiden halt ganz normal hier drauf Also normalerweise könnten wir hier einfach mal nur draufklicken Und dann setzen die das automatisch Aber ich sag mal dadurch dass wir das hier Schon mit eigener Kontrolle so effektiv wie möglich gestalten können Das finde ich schon geil Das finde ich echt echt geil Und vor allen Dingen sind das schon 2 Hier könnten wir das nochmal machen Auf der linken Seite könnten wir das nochmal ähnlich machen Ähm Ja Okay Die sind unter Feuer Dann würde ich folgendes machen Ich würde jetzt hier Ich würde jetzt hier tatsächlich was versuchen Was darf Jetzt Bauen wir hier erstmal eine Fleischerei hin Zumindestens mal eine C ist dein Freund Hier könnten wir dann gerne noch eine hinten anbringen Das bringt aber nichts Wir lassen das mal Und zwar machen wir das so Wir werden diese Felder hier so wie es ist Werden wir hier einfach spiegeln Also legen wir hier einen Weg an Nehmen wir mal genau so So hier Na und dann machen wir genauso wie hier drüben Das heißt Hier brauchen wir 6 1 2 Denkenseiten nochmal genau so machen wie auf der rechten Also dann hätten wir die doppelte Auslastung In der Mitte könnten wir dann hier Na hier könnten wir dann noch die ein oder andere Fleischerei einbauen Wie gesagt dazu bräuchte man halt etwas Salz Denkt bitte dran Da müssen wir halt gucken Dass wir hier auch ein paar Salinen installieren Oder irgendwas was uns so ein bisschen Salz gewährt Gucken wir gleich mal rein Es gab eine Möglichkeit an Salz zu kommen Das weiß ich noch Na das sind die Kalifengebäude Hier Na guckt mal hier Das ist eine sogenannte Meerwassersaline Guckt mal Also hier könnten wir schon ran Also hier könnten wir angreifen Auf der Seite Und ich glaube hier oben Könnten wir auch nochmal irgendwo angreifen Guckt mal Also das hier könnten wir uns geben Und das hier auch Haben wir schon mal 2 Dann rein in die 1 Gerne mit ein paar Wegen verbinden Und hier würde ich dann abschließend auch ganz gerne Einfach hier so ein Markthaus hinbauen Einfach so hier herbauen So hier Und dann passt es So ihr habt Linksdecker möglich Einzelne Felder für dieses Gebäude zu setzen Achja hier ne Zack Und gießen Und dann hätten wir hier alle 3 Ne Jetzt geht es los Schaut mal Okay da geht es los Und hier sollte das auch so sein Dass das auch so Ja Hoffentlich jetzt mal produziert Okay Mit etwas Salz Wie gesagt Mit etwas Salz Und diesen Und diesen Rindern Basteln wir dann so ein bisschen Fleisch raus Und das müssen wir dann auch nochmal auf eine Handelsrute schicken Ganz ganz wichtig Ja wunderbar Das läuft Okay Wir müssen uns noch ein Schiff bauen Also eins brauchen wir in jedem Falle noch Wenn nicht noch 2-3 Stück Ähm Ja Dann gehen wir mal weiter Hier wird schon mal gemeckert Schaut mal Ihre Bevölkerung in Wolfshafen benötigt Kleidung Guckt mal Es geht runter Die Stoffe gehen runter Weil Wir müssen halt die Stoffe mal ausladen Damit es denen wieder ein bisschen besser geht Was meint ihr Okay So Seile Können wir auch mal hier reinpacken Und dann würde ich mal sagen Fahren wir wieder zurück Und holen uns gleich etwas Fleisch Hoffentlich ab Ja ja Alles gut Gut Kommt mal Hier wird schon Hier wird schon Salz eingelagert Das passt Hier fahren sie schon hin und her Sehr schön Jetzt müssen sie halt nur noch das Salz Direkt hier in die Fleischerei reinbringen Jawoll Es geht los Okay Sehr schön Gut Also Fleisch wird produziert Das Wichtige ist Dass auch das Fleisch zu unserer Bevölkerung kommt Deshalb würde ich folgendes vorschlagen Hier ist der Most Die Santa Barbara Die fährt hier dann einfach so durch die Gegend Die könnten wir dann schön auf einer Handelsroute zum Beispiel etablieren Gehen wir gerade mal rein Ja Das ist hier schon ein bisschen anderes System Eine Route erstellen Das wäre die Handelsroute 3 Und dann gehen wir halt von da nach da Dann nehmen wir gerne In Turm Nehmen wir dann sehr sehr gerne einfach Ne Keine Stoffe auf Sondern wir brauchen hier Wir brauchen hier Fleisch Das ist ganz wichtig Und das werden wir dort gleich wieder abliefern In Wolfshäfen Dann werden wir hier ein Schiff dazufügen Nehmen wir hier die Santa Barbara zum Beispiel raus Wirbelsturm ist unterwegs Aureas ist auch unterwegs über eine Handelsroute Deshalb Santa Barbara Die kann sowieso nicht schießen Und wir werden hier dann das Ding komplett starten Also egal mit wie viel Fleisch Das Ding fährt jetzt hier runter Sackt alles ein Alles was es da oben bis jetzt produziert hat Auf Turm Und dann haben wir endlich Zugang zu Fleisch in unserer Bevölkerung Dann passt das schon mal Ne Dann haben wir hier schon mal alles voll Und dann gehen wir hier schon mal zum nächsten rein Denkt bitte dran mit Kartoffelschnaps Geht das halt weiter 355 Bürger werden hier verlangt Es ist halt leider nichts mehr mit Aufstieg Weil die haben zur Zeit gar nichts mehr zum Anziehen Also überhaupt null Schaut mal Ne Das muss ich ja wieder ein ganz kleines bisschen auffüllen Hier Und solange das nicht aufgefüllt ist Haben wir auch keine Chance hier aufzusteigen Also ja Ne Wie gesagt Ohne Stoffe Keine Bürger Also müssen wir mal kurz warten Bis das wieder aufgefüllt ist Wir können auch dafür gerne Nochmal die Spielgeschwindigkeit ein kleines bisschen andrehen Passt ne Wunderbar Jetzt denke ich mal Sollte das dann wieder aufploppen Guckt mal Jetzt hoffe ich dann, dass wir Jetzt hoffe ich wirklich stark, dass wir bald Diese berühmten 355 Bürger bei uns begrüßen dürfen Dass wir hier dann weiterbauen Gut Ah, das fehlen Okay Ja Das fehlen diese Lizenzen zum Aufsteigen Sehr schön Wolfshafen ist gewachsen Und hat einen neuen Stadtstatus erreicht Wir sind jetzt ein Dorf Danke Richie Dankeschön Hier gibt es dann Genau Hier gibt es dann die große Kirche Guckt mal, das ist dann Das ist mein Teil Ja Das Ding macht jetzt schon richtig, richtig Spaß Auf jeden Fall Wenn das nach Bedürfnis Glaube geht Haben die dann Die Kapelle Das heißt Das können wir dann, glaube ich, leider nicht ersetzen Mit den anderen Kirchen Dann ist es halt so Hier brauchen wir noch Bildung Die wollen noch ein Kloster haben Aber das ist erstmal egal Wichtig für uns ist Fleisch Und jetzt gehen wir mal weiter Also die brauchen dann unter anderem noch Leinenkutten Wollen sie noch haben Hier dann, wie gesagt, der Kartoffelschnaps Aber das gucken wir gleich in Ruhe an Hier zum Beispiel bräuchten sie einfach nur Kohle Einfach nur Kohle Und hier dann zum Beispiel auch Tonwaren Aber Tonwaren gibt es dann, glaube ich, im südlichen Biom Aber nur die Ruhe Eins nach dem anderen So, jetzt gucken wir mal rein Also hier Handelsgeräte Den Außenposten zum Beispiel Und so weiter So fort Also das haben wir alles noch gar nicht gebaut Genauso nicht wie das Herrenhaus Die Feuerwache Das steht schon zum Teil Hier gibt es jetzt den Wasserturm Verschöner die Siedlung Einwohner holen sich hier Wasser Wenn es in der Siedlung brennt Dann kann man sich hier Mit dem Wasserturm bestens ausstatten Ja, komm, das Ding Das bauen wir dann Ist ja geil Okay, das war schon ein bisschen laut Aber ja, nehme ich auf jeden Fall mit Dankeschön Und jetzt haben wir hier Zugang zur Kartoffelplantage Bewirtschaftet 75 Kartoffelfelder Benötigt eine Wiese Und produziert für uns Kartoffelschnaps Das möchte ich auch noch hier drüben auf Ton machen Warum? Weil wir ja das Schiff Wo wir gerade eben die Handelsroute etabliert haben Da haben wir ja noch ein, zwei Slots frei Und genau deshalb Das möchte ich dann mit dem Kartoffelschnaps voll machen Also schauen wir uns das mal an Hier, wie gesagt, das könnten wir drehen Das passt Das hier können wir auch drehen Hier unten können wir noch ein bisschen was einbauen Also alles gut Kein Thema Das lassen wir auch alles so, wie es ist Ich würde jetzt nochmal hier Hier außen irgendwie probieren Hier, ne, vielleicht nicht Aber dann hier vielleicht hier hinten Guckt mal Da würde ich dann anfangen Mit der großen Kartoffelproduktion Also hier einfach Hier haben wir das Das Markthaus 1 Und das ist ja ein riesen Ding Das ist ja echt riesig Das Teil, guckt euch einfach nur an Bis zum Strand Alles frei Also man kann hier Bis zum Strand Ungelogen Alles frei Genauso wie hier Komm, machen wir uns noch ein kleines bisschen Platz Und dann was soll der Geiz Komm, gehen wir hier noch rein So hier Und dann haben wir auch freien Komplett freien Zugang Zum Strand Ne, das ist kein Problem Okay Nächster Set für heute Kartoffelplantage Gucken wir uns mal an Äh Ach, das sieht ja fett aus Das sieht ja richtig gut aus Das gefällt mir mal richtig gut Das Ding Ja, das Problem wäre halt dran Reichweite wäre da Es bewirtschaftet Wie viele Felder waren das bitte? Also jetzt steht wieder 5 Ist das ein Bug? Jetzt steht wieder 75 Ich weiß nicht Was hier jetzt richtig ist Wir fangen einfach mal an 75 Ist das wirklich euer Ernst? Ja Das ist den ihr Ernst Das Ding ist komplett voll Guckt euch bitte einfach nur an Das sieht Das sieht wirklich so aus Ein Brand zerstört ihre Siedlung Es brennt In Wolfshafen brennt es Sehen wir gleich Zierplatz Bla 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 Wo brennt es? Hier brennt es Alles klar Wir müssen was tun Wir müssen einschreiten Wir müssen schnell hier Eine Feuerwache bauen Hat die zumindest noch Zugang Ja, die hätte hier zum Beispiel Hätte sie noch Zugang Aber sobald das Haus hier unten Brennt Keine Chance mehr Drehen wir mal gucken Da kriegst du den Bereich Hier zumindest mal noch weg Komm, wir bauen das Ding hier her Und dann geht es los Wir haben ja sowieso Einen Wasserturm, ne? Wenn es brennt Dann holen die von hier Aber sicher ist sicher Okay, das Ja, das Ich hoffe mal, dass das passt Okay Weiter geht's So, hier wird Hier wird schön Hier wird schön produziert Und jetzt würde ich sagen Wir bauen tatsächlich mal Noch einen gleich hin Ja, sicher, sicher Ich würde immer so ein bisschen Nachhaltiger bauen wollen Ach, hier außen haben sie auch noch hingebauen Okay Ja gut, ist ja egal, oder? Wegen den zwei Elementen Komm, wir probieren es trotzdem Bam Dann würde dann hier Ein Weg rauskommen Und der ist jetzt nicht ganz so ideal Finde ich Jetzt kannst du erzählen Hassan Ben-Sahid Hat dir ein Loch In die Geldbörse gebrannt Ja Geht auch Es sieht jetzt nicht optimal aus Sieht auch nicht schön aus Aber immerhin Das könnte man auch Deutlich, deutlich Effizienter gestalten Also so viel So viel muss jedem klar sein Wir werden jetzt mal noch In die Routenplanung Aktuell hier Werden wir hier noch Den Schnaps mit einbinden Ne? Hier haben wir Och, das wird ja schon Es wird schon produziert Guckt euch das bitte mal an Geil Effizienz der Route Mittel Das ist bei mir nicht Das Schiff mit allen Möglichen Warnslots Auslasten Aber das kriegen wir gleich hin Wir können dann hier oben Auf der Westseite noch einen hinbauen Ich denke mal In den Strandnähe Können wir dann Es Können wir gerne machen Wie ihr wollt Achso, übrigens Ich setze mit meinem Avatar Hier über den Einwohner drin Schaut mal Und so viele Einwohner Haben wir derzeit Beziehungsweise So viel positive Bilanz Genießen wir zur Zeit Einwohner hätten wir hier So Den Schnitt Um so fast knappe 2000 Fehlen noch ein ganz kleines bisschen Und Bilanz sieht auch sehr gut aus Also kann man eigentlich So gar nicht meckern Jetzt müssen wir noch mal gucken Dass das erste Fleisch Bei uns ankommt Beziehungsweise danach auch Nicht nur das Fleisch Sondern auch Der Kartoffelschnaps So Kleinen Kuten Gut Dann müssen wir noch mal ausweichen Ich hoffe mal Dass jetzt nicht so viel Von diesen Feldern Benötigt wird Aber das sehen wir gleich So bewirtschaftet In Santopolis Ist ein Brand ausgebrochen Guckt euch mal an Hier brennt es Brandlicht Hallo Ja das müssen wir gleich abstellen Komm Ähm Hier bauen wir gleich Eine Feuerware hin Und wenn wir das mittig Mal stellen Das Ding So dann dürft ihr schon mal ausrücken Genau Und ihr dürft schon mal Diesen Brand löschen Also nicht den Burst Sondern tatsächlich Wenn es brennt Ähm Das hätten wir Und ich würde jetzt gerne Hier oben noch final Hier würde ich gerne Noch ein bisschen Noch so ein kleines Bisschen Hanf anbauen wollen Über eine Hanfplantage Und dann würde ich dann auch Sehr sehr gerne Zwischendurch gleich Also ich würde dann gleich Reingehen hier mit diesen Mit diesen Webstuben Die würde ich hier Ja Wir sind auserkoren Alles klar Befindet sich auf der Reise Du auch Du nicht So Wo müssen wir hinfahren Hier hoch Dann müssen wir Die hier müssen wir holen Also sammeltisch mal Bitte da oben Und wir werden jetzt In der Zwischenzeit In dem Rest der Folge Wir haben hier noch Ein kleines bisschen Hier oben Die Hanfproduktion Rausbauen Industrieller Hanf Industrieller Hanf Gut Also einmal hierher Und gerne einmal Daher Und dann einfach mal Hast das Jawohl Ich bin immer noch an das Anno 1800 gewöhnt Ihr glaubt es gar nicht Was das für einen Unterschied macht Wenn man da mal anklickt Und das funktioniert nicht Einmal Und dann klickst du da wieder an Und denkst du Hä Du hast es doch gestern Du hast es doch erst gestern gemacht Wieso funktioniert das Nummer Und das ist ja Na hier Ein ganz ganz anderes Spiel Ähm Das machen wir so Das ist sogar Vanilla Angelegt hier Hier Ja das ist schön Ja das ist schön Drei Also das läuft Das läuft Also sehr schön Könnten wir jetzt hier unten Glaub ich Da wäre auch noch genügend Platz da Und ich glaube hier auch Also der Radius Von dem Von dem Haupthaus Von dem Markthaupthaus Der ist hier Deutlichst ausgenutzt Hier auf der Westseite Könnten wir gerne noch mal anlegen Und wenn da alle Stricke reißen Dann bauen wir halt Da noch ein paar Kartoffelplantagen hin Wir haben noch den Platz Optimal ausnutzen Und den Also ich denke mal Dass das schon Äh Ich denke mal Dass das schon Ja So schön zusammenlaufen kann Folgende Produktion Der Wollwebstube Hat keinen Bock mehr Das denke ich mir Dieses Schiff Ist eines meiner besten Dieses Schiff Ist eines meiner besten Na da weißt du Bescheid Ähm Hier Ach guck mal Die Poseidon Die ist auch mal gebastelt Da könnten wir aber doch gleich Hier hochfahren Können wir doch mit der Poseidon Hier hochfahren Oder Dann können wir doch die Schwalbe Können wir wieder runter schicken Auf halbem Weg Das ist doch eigentlich Totaler Quatsch Was wir machen Und dadurch Dass wir ja jetzt hier Diese Leinenkunden produzieren Ach ne Moment Doch Die Fruchtbarkeit ist gegeben Doch Die Fruchtbarkeit ist da Das passt Das heißt Wir gehen jetzt wieder rein In die Handelsroute Gehen Handelsroute 3 Da gibt es nämlich noch einen Slot Dann werden wir auf Turm Werden wir sehr sehr gerne Hier die Leinenkunden aufladen Und werde in der Nacht Auf dem Wolfshafen Werden wir die einfach ausladen Ganz einfach Da warten wir mal ab Wie das los geht Wie gesagt Die drei Slots Sind jetzt optimal belegt Und das Schiff Das hat jetzt wirklich Wertige und wertvolle Ware drauf Und jetzt bin ich mal gespannt In der nächsten Folge Wie dann hier drüben Endlich der Boost aussieht Von unseren Bürgern Wie gesagt Wenn das dann immer mehr weiter geht Hier ein Fleisch Guckt mal Fleisch sieht sehr gut aus Kartoffelschnaps ist auch fast voll Sehr sehr geil Und als nächstes kommen dann halt Die Leinenkunden Und die haben halt auch schon 60% Das ist ein riesen Stück Von der Torte Und danach geht es halt weiter Mit Tonwaren und Kohle Und danach müssten wir glaube ich Ob ihr wollt oder nicht Ob wir wollen oder nicht Müssten wir glaube ich Richtung südliches Biom aufbrechen Weil ich glaube Nur da gibt es dann Diesen wertvollen Ton Müssen wir mal schauen Hier oben haben wir ja Wir sind ja hier Bros Hier ist der Hier ist der Onkel Ben Hassan Bellendall Said Und auf der Insel hier Da würde ich gerne mal festmachen Weil hier gibt es Datteln Gewürze Und Seide Das sind die Die dann die nächsten Ich glaube die Patrizier Sind glaube ich die nächsten Die wollen garantiert Das ein oder andere Hier von der Von dem südlichen Oder von der neuen Welt Von dem neuen Weltbiom haben Also ich könnte mir vorstellen Gewürze Beziehungsweise Seide Müssten die bestimmt haben Und dann müssen wir halt hier mal Noch so ein ganz kleines Bisschen an Verkundung gehen Und dann müssen wir halt Noch mal schauen Dass wir hier Westlich Beziehungsweise östlich Noch ein kleines bisschen Die Karte erforschen Es wäre doch schon besser Wenn man eine große Insel findet Die nicht so viele Flüsse hat Und die vor allen Dingen Auch schon dementsprechende Furchtbarkeiten bietet Wie gesagt Ton Ich glaube Ton dürfen wir Überall anbauen Wie das war Eine Tongrube Oder so Ein Gebetsplatz Schreibt das gerne In die Kommentare Wenn ihr da ein bisschen Was mehr drüber wisst Moschee Gottschmied Ja Also wie gesagt Wir müssen halt erst runter Ins südische Biom Den haben wir ja auch noch nicht gefunden Den Kollege Na komm Dann fahren wir Dann geben wir uns mal So ein kleines bisschen Auf Expedition Oder was meint ihr Einfach mal erkunden Einfach mal erforschen Hier oben werden wir Das heißt Wir werden die Wir werden die Quest Items Gleich einsacken Das sieht so geil aus Die kleinen Die kleinen niedlichen Menschlein Und diesen Fässern drinnen Die dann immer so So komisch so winken So das war die 3 Das war die 4 Und das hier war die 5 Und dann würde ich sagen Wir haben alle aufgehoben Und die Schiffbrüchigen Müssen wir dann hier In den Hafen Hier müssen wir es reinbringen Alter 77 pro Tonne Werkzeug Du bist doch irre jung Hier gibt es dann nochmal Die Fruchtbarkeit Hanf Zollwache Werkzeug Geht am Konto Ab einer bestimmten Warenmenge Zölle Von Handelspartnern Das ist auch geil Ich meine Könnte man das Über Werkzeuge Könnte man das gut und gerne Sehr geil freischalten Das Problem ist halt dran Irgendwie merke ich Dass in der Mod Man nicht mehr so viel Ruf Für alle Quests bekommt Beziehungsweise Dass man halt Nicht so viele Boni Wieder bekommt Oder die Rufpunkte Bleiben halt hier Also die sollen sich Wahrscheinlich noch Wertiger anfühlen Nehme ich jetzt mal an Ist aber auch nicht schlimm Im Gegenteil Das Schiff Egal Oh jetzt brennt es hier hin Ist es doch euer Ernst Wir haben hier vorne Was angebaut Egal Komm dann bauen wir mal Dort hinten noch Einen Wasserturm an Und dann würde ich schon sagen Meine Lieben Gehen wir hier schon In die nächste Folge rein Hier können wir mal So genau Dann läuft hier mal Außen rum Und hier sollten wir Dann auch mal Sowas anbringen Ist immer so laut Wenn man das gebaut hat So mein Lieben Also unser Dorf Wächst und gedeiht Es erfreut sich immer Mehr wachsender Beliebtheit Mittlerweile Gibt es dann hier Schön Mittlerweile haben wir Dann hier gut und gerne 1800 Einwohner Bei uns leben Ich möchte in den nächsten 2-3 Gaming Folgen Oder Gameplay Folgen Möchte ich schauen Dass wir nach Richtung Patrizio hochkommen Weil ich habe Anfang Dezember Mit euch was vor Ich möchte Anfang Dezember Mit euch zusammen Gerne diese andere Mod Ausprobieren Und zwar gibt es ja dort Diese Ich habe mir es extra aufgeschrieben Diese SBM Modification Die bietet Soll angeblich noch mal Vor allen Dingen etwas mehr Von dem Schönbau Content bieten Gerade von dem neuen Content Was hier mit reinkommt Ist die Angeblich der hier ähnlich Beziehungsweise könnte die Dann noch etwas mehr Wobei die hier schon Der absolute Hammer ist Aber Da lassen wir uns überraschen Meine Lieben ganz ganz herzlichen Dank fürs Zugucken Wenn es euch gefallen hat Würde ich mich riesig freuen Wenn ihr dann auch In den nächsten Gameplay Folgen Hier mal mit reinschaut Wie gesagt herzlichen Dank Für alles Eine schöne Zeit Bleibt schön gesund Und ein schönes Wochenende Ciao Ciao